Herzlich willkommen zurück zur Runde Checker Dance 2. Mal gucken, wie lange ich heute Lust habe. Ich bin ein bisschen müde die Tage. Naja, manchmal gibt es halt so Sachen. Aber ich habe mein Windows-Tastenproblem erfolgreich reparieren können. Sie geht nicht mehr. Zumindest geht sie hier nicht mehr an im Spiel. Und das ist doch schon mal so. Die sind alle auf Üben. Ach ja, genau. Wir haben ja letztens den Kingpin umgebracht. Dienst-Trupp 1 und Dienst-Trupp 1 oder keins. So, ich wollte jetzt mal gucken, wie sehen die eigentlich alle gesundheitsmäßig aus. Raus. Nein, nein. Ich gucke da mal rüber. So, ja. Ah ja, gut. Eine Dimitri ist ja mit ihrer eigentlich, das ist ja meine Trainer. So, ich glaube, man konnte doch mit Strack hier die Leute anwählen. Genauso machen wir das. Und dann sind die, so ist Igor eigentlich nicht mehr dabei. Dienst-Trupp 1, zack. Und Igor muss auch noch mit dabei sein. Unbedingt. So, Geld. 52.000. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal hoch in die nächste Stadt. Ich weiß ja nicht, ob jetzt die Kingpin-Leute alle Agro haben. Das ist die Frage. Aber hier, ist das nicht schön? Ein schönes Gewehr. So, er hat jetzt hier Ruger Mini. Genau. Aber die bitte ohne Kasten. Ach, der hat das G3 bekommen. Jawohl. Ja. SKS. Kult. Ja, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Na dann. Gehen wir mal da hin. Achso. Jawohl. Jawohl. Ich bin angekommen. Keine Akku mehr. Ja, ich habe mal nochmal. Zeit, den Müll rauszubringen. Sind die tatsächlich alle auf Akku? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das heißt, ich habe einen Tag. Egal. Zwei sieht er. Ja, ich muss mal hier die... Ich mag diese... Diese Sicht doch mehr. So. Na, der Herr Schosch kann ja keinen mal in den Kopf ballern. Hat er. Ja, aber den kriegt man leider nicht mehr hin. Der nächste bitte. Ähm... Das soll er, oder? Jo. Krunty sieht... Krunty sieht... Sieht er immer... Irgendwie... Hm. Ach. Ja, ja, ja. Deswegen funktioniert das nicht. Der Herr Krunty war noch nicht aktiviert. Das ist jetzt mal kritisch. Ob er der Dr. Q den erwischt. Er erwischt ihn sogar. Okay. Sprach der Rabe nimmermehr. Hier. So. Fidel. Da, da. Wir können auch Shady Lady. Oh je. Das könnte jetzt interessanter werden, als mir vielleicht lieb ist. Na, mal gucken. Im Zweifelsfall. Ja. Muss man noch mal laden, ne? Ich höre. Ich höre. Sagt der Herr Wolf. Geht mal ein bisschen da rüber. Und behält mal... Die Tattoos im Auge. Ich würde ja nicht gerne aufs Dach hochgehen. Aber naja. Dr. Q ist doch eigentlich... Ist der schon in Hocke? Nein, eigentlich schon, ne? Oder kann er nicht? Ja, bestimmt wäre er genau da. Na dann, lassen wir es uns ja gehen, was jetzt hier passiert. Ich höre unangenehme Genossen. Komm. Prostes Schuss. Ja. Danke. Du bist der Beste. Nicht. Ich höre. Er hört. Na gut. Ja. Sie. Hm? Ja. Krunt hier muss auch mal ein bisschen runtergehen. So, Dr. Q geht mal... ...auf dem Feind zu. Ach, lerne zu reimen ohne zu schleimen. So, Crunty... ...ähm... ...ähm... ...crunty wird man trotzdem lieber da zur Shady Lady gucken. Und ab. Ich höre. Ach, ich würde, da kriegt nur Wolf die Unterbrechung für diese Tante. Er ist der beste Schütze. Ist er nicht. Na gut. Na gut. Daneben ist auch vorbei. Das... ...könnte man bei dir aber auch zu sagen, oder? Das geht natürlich in Deckung mal. Ja. Da müssen wir dann zum Beispiel mal dahin beginnen. ...viele... ...viele... ...viel... ...viel... ...viel doch mal vorregen. Das ist ein dummes Kind. Vielleicht nicht der, denn... ...wird ihm sein lehre. Was dummes Kind? Achso, das ist... Ah, den haben wir ja, glaube ich, gesucht, ne? Das wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass der hier tatsächlich erkannt wird. Na gut. So, wir verteilen mal an die Leute hier ein bisschen. Wolf geht mir auch echt auf den Sack. Der ist wirklich... ...da pannt gern euren Reparateur, aber ansonsten... ...hier sind noch welche. Jaja, hier sind noch welche. Uh, von da hinten. Nett dich kennengelernt zu haben. Waren das nicht die letzten Worte des WoW-Spielers? Na, mal gucken, was das Schauspräder besser ist. Nein. Auch er trifft die Panther da drinnen nicht. Ich glaub's nicht. Irgendwie haben die gerade hier kein Zielwasser getrunken. Ich hätte mal gucken sollen, wie fit die sind. Das war vielleicht mein Fehler, den ich ja tat. Oh, sogar erwischt. Ah, oh. Tja, Wolf, warum hast du die Tante auch nicht getroffen, wo du die Zeit dazu hattest? Aber nein. Man musste ja vorbeiballern wie ein Gubi hier. Super. Hat keine Zeit aneinander. So, Herr Wolf geht mal aus der Reichweite. So, Fidel, komm jetzt. Ah, das wird ja mal eine Leere gewesen sein. Na gut, er geht's schlecht. Fiel die Sitz vor der Tür. Das ist nicht gut. Aber egal. Okay. Okay. Hier. Ja, der ist an den Kasten. Ist noch gut gefüllt. Okay, verbinde mal. Und dann gucken wir mal. Hier. So, er verbindet. Schau, ich ziehe einen, aber den der trifft, das wage ich doch mal vorsichtig anzuzweifeln. Das war mir klar. Weiter. Na gut, durch die Wandballerei ist halt echt. Da, da. Trotzdem mal ein bisschen sichern. Und dann kommt jetzt was ähnliches an. Hm, Waves ist fertig verbunden. Da, da. Da, da. Da, da. Ich krieg leider keine Unterbrechung mehr für den Herrn Fiedel. Das ist ein bisschen schade, aber... Oh, treff doch diesen Idioten endlich mal. Ich glaub, die sind alle energietechnisch nicht so gut drauf hier, ne? Sieht ihn nicht, oder was? Das ist nicht schön. So, Krunty geht auch mal hier rum. Da, da. Hier ist nichts. Ach, das darf ich nur zum Aufmachen. Okay. Hier. Der Kuh packt sein G3 aus und ist dabei. Ich höre. Ja. So, Herr Wolf bleibt hier. Der hat jetzt jemand getroffen. Ich höre. Ja. Alter, was ist denn das gerade neuer? Sind die alle scheiße? Alter. Das ist echt unglaublich. Das ist wirklich gerade unglaublich. Was haben die denn für ne... Äh, Gott, da muss ich das nicht irgendwo... Gesundheit, Energie, 75... Ja, gut, das ist, glaub ich, ne andere Energie, ne? Wie hier. Puh. Tja. Schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen, aber ich treff die... Hier. Nicht, das ist ja übel. Ich höre nicht für die Geräusche. Tja, Wolf kriegt hier ne Aufschaltung. Man sieht da ihn auch schon nicht mehr, oder? Doch, sieht ihn da hinten langlaufen. Aber der trifft ihn doch nicht, oder? Ja. 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 Das ist echt. Ja. Hm. Tja. Leider nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Ist wirklich... Sie. Fidel sieht ihn nicht. Hier. Dr. Q geht mal dahin. So. Wolf. Ja. Da, da. Mierda. Da, da. Keine Aufschaltung bekommen, leider. Ja. Okay, ich hab mal schlichtschuldigung, ich hätte wirklich spenden müssen. Ah, der hat da keine Munition für diese... Alter, wie viel halten die schon wieder? Eins. Hallo? Ja. Oh nein. Mhm. Oh nein. Danke fürs Gespräch. Da steht der Nächste. Hier. Ich höre. Sieh. Wie der hat euch noch alles verballertet. Sieh. Der ging irgendwo weit in die Botanik und er trifft, er trifft nicht. Ach, nix Kugeln. Ja, das ist mir egal, ob du nix Kugeln hast. Das ist wirklich nix mehr zum Kugeln hier. Alter. Lasst euch bitte alle erschießen, ey. Ich höre. Wieso kriegen die hier, die hier nicht abgeschossen? Das ist mir echt unklar. Ich höre. So. So. So wird das nix. Tür zu. Tür auf. Dietrich. Cool. Cool, sagt er. Dann hat er nicht immer genug Punkte. Okay. So. Fidel, du lädst mal nach. Äh. Für SKS habe ich nur die hier. Okay. Der hat einen sieben Schuss. Igor hoppt da hinten. Geht dran. Es ist noch mindestens einer übrig. Mindestens. Zeit, den Müll rauszubringen. Hier sind noch welche. So. Ich höre. Das könnte wohl eigentlich die alte nicht. Wahrscheinlich ist da irgendwas im Weg, ne? Seh. Komm, Herr Fidel. Wo er nicht hinschießt, frage ich mich wirklich. Ja. Nein, ey. Ich habe irgendwie so echt die Schnauze auf dem Weg. Also. Ehrlich. Ich habe selten so ein mieses Geschieße gesehen wie von den Leuten. Echt. Ich höre. Ich höre. Ja. 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 Wahrscheinlich sind die wirklich alle übermütet oder so, dass sie den nicht treffen. Grunty sieht ihn mal gerade. So, damit haben wir dem erstmal schon eine neue Zielrichtung vorgegeben. So, dann erwarten wir den mal noch ein bisschen hier, oder? Wir haben nicht alle lokalisieren können. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe gerade was gehört. Du kreuzt also den Löwe unter den Pfad. Dein sowieso. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Du kannst es besser machen. Macht natürlich nicht besser. Alter Verwalter, ist das wirklich finster mit euch. Schloss getroffen, Schloss zerstört. Ich höre. Ja. Hat nicht mehr genug Zeiteinheiten, ne? Ja. Dass die den aber echt nicht treffen, ist wirklich echt finster. Achso. Wir haben die alle schon bewegt. Igo würde ich jetzt gerne dort lassen. Gucken wir mal was passiert. Hier. Ja. Komm, wir schmeißen mal ne Handgranate. Ich speichere natürlich vorher, kann ich die, krieg ich die nicht dahin geworfen. Okay. Okay. Gott sei Dank haben wir... Das... Ja, da war da gar nicht mal so schlecht. Ja. Das verwundet's. Ja. Was natürlich gerade der Auer hilft, der sowieso schon ein bisschen angemuckert ist. Ja, nicht genug. Mal gucken was passiert. Ah, ich krieg natürlich nur einigen ab hier. Ach. Ich höre. Warum seht ihr den eigentlich nicht, das frage ich mich wirklich. Jetzt wird... Sollts den nicht an den Quatsch essen, oder? Das war nicht irgendwie doch sehr seltsam, oder? Das war auch... Hab dich. Sehr schön, sehr schön. Das haben wir ihn tatsächlich. Hier. Wie ich sie wünsche. Ja. Ja. So, ich weiß nicht. War da noch einer, oder? Ich hab keine Ahnung mehr. Oh je, da waren auch viele Zivilisten unterwegs. Ja. Und das bei unseren Schussfähigkeiten, die ich gerade momentan sehe, das ist nicht gut. Hier. Hier. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und da kann er den Schwieder verbinden. Und Schwieder und... Hier finden Feinde. Feindliche nichts können... So. Ähm. Achso. Äh. Ich werde mal wieder normal speichern. Ende dürfte das letzte gewesen sein. Genau. So. Das ist dann die 7-3 hier. Zack. Auch wenn das nicht wirklich eine Glanzleistung beim Schießen hier so darstellt. Nein. Ist der schon fertig verbunden gewesen? Achso. Der ist schon fertig verbunden gewesen. Alles klar. G3 wurde nachgeladen. Da, da. Tja. Die Frage ist jetzt natürlich, wo hängen jetzt wieder Leute rum? Ja. Die SKS hat mal nachgeladen. Hier muss man wieder ein bisschen... Achso. Aber ich könnte ja mal gucken. Hm. Wir könnten ja wieder aufs Dach hoch gehen. Hm. Hm. Aber das macht jetzt hier nicht viel Sinn, ne? Um wieder aufs Dach hoch zu gehen. Shady Lady wird wahrscheinlich ein Problem werden. Denke ich mir so. Die Tür... Wir hatten ja eigentlich eine Schlüssel dafür. Hier. Okay. Ähm. Du gehst hoch aufs Dach. Hör. Hier. Hier. Ahja. Hier. Du kreuzst also der Löwe unter dem Pfad. Der Löwe unter dem Pfad. der Löwe unter dem Pfad. Vor dem Senior Staff... Ich hoffe, das ist... Wieso ist Spike jetzt gegen uns? Das ist aber nicht schön. Gegen dem hatte ich eigentlich nichts. Ne, keine Ahnung. Spike oder was ist das? Ja, ja, du bist fällig. So, viele. Fidel legt sich erstmal ein bisschen hin und wird sich mal so vorarbeiten. Igor geht auch lieber hoch. Das ist mir echt sicher. Schließlich ist ja hier die gemottete Version, glaube ich, mit verbesserten Dachverhalten bei Gegnern gewesen. Genau das, was man braucht. Schorsch sieht den nicht. So war nicht gut. Hier sind noch welche. Oh, da ist doch noch jemand. Verdammt. Geh mal ein bisschen in Deckung. Das haben wir schon fast gedacht, dass das jetzt interessanter wird, als es mir vielleicht lieb ist. Wohl, es sieht weh nach dem. Ob den trifft. Probieren. Geht bekanntermaßen überstudieren. Na. Also, Crunchy ist noch drin. Hm, Crunchy, das macht mal drin. Genau. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Und da kriegt er eine Aufschaltung. Kann aber leider nicht schießen. Ich mag das Geräusch von, wo hast du auch ihm? Ja. Mhm. Tja, jetzt wird's. Crunchy sieht den zwar, hat aber... ...hat aber leider die schlechteste Knarre für sowas. Dr. Q hat ja... ...die Opposition... ...Geschmeiß ist hier nicht erw... ...Geschmeiß... ...Aus welchem Loch sind die eigentlich gerade alle hergekommen? Ach, Dr. Q nervt. Äh, die sind jetzt alle nicht gut. Ich fürchte, das... ...ich fürchte, dort wird alles nicht gut ausgehen, ja. Ich höre gerade Wolf hier, ist... ...ja, wir gucken mal, was jetzt passiert. Der Fluch des Klachens ist über mir. Mhm. Ja, Wolf muss jetzt leider da unten bleiben. So, Dr. Q. Lenk riecht mal ein bisschen vor. Fiedel sieht jetzt ein, den... ...gleich kriegt man da weg, Fiedel. Das ist ja gut, aber ich glaub's eher nicht. Ja. Ja, da. Oh, Igor sieht jemanden. Den hier, oder was? Ah, okay. Ja. Oh, doch mal richtig. Toller Querschläger. Schorsch sieht auch keinen, das ist nicht gut. Jetzt. Aber der trifft auch bloß nicht, weil die alle zu schlechte Energie... ...Energie haben, wollte ich sagen. Oh, doch. Ja, Vakuumgranate. Keine Ahnung. Eigentlich müsste ich das Ende doch nochmal neu laden. Ja, mit dem Schussbild ist das echt rotzell. Na, Quanti. Ah, komm. Mein Magazin ist leer. Ja, ja, mein Magazin ist leer. Ja, wieder einmal getroffen, ey. Das ist... Das macht irgendwie grad keinen Sinn. Und Spaß. Die Munition tut mir schon ein bisschen leid, die wir hier gerade so sinnlos verballern. Alter, Alter, so ein Scheiß. Keiner trifft wirklich die Leute gut. Ja, sowas. Ich weiß, der Gegner ist nicht besser. Aber das macht es auch nicht besser. Das ist wirklich... Das ist wirklich echt schlimm. Gut, Dr. Q hat jetzt mal einen erwischt. Fiedel sieht. Den dort. Aber der trifft ja auch bloß nicht. Ich verstehe das nicht. Doch, endlich. Sagt er. Igor hat drei. Er hat eine richtige Granate. Mal hier eine Vakuumgranate. Der wird wahrscheinlich nicht bis dahin werfen können. Habe ich so einen dumpfen Eindruck. Wie weit wirft denn der überhaupt? Achso, höre auf die... Das wird nicht viel Sinn machen. Könnte ich mir vorstellen. Alt S. Und... Ein Wurf.